flirsch lügenden lieber youtube wird wieder mal mit smith play zwei gegen zwei eins sink会te ihr müsst natürlich angehalten schreibt es dann in die kommentare wer besser war jetzt die kinder mal dass die 1 mal kość und die pro russ im Reich 1 und das wird wartet Schaut euch das an. Hallo! Hallo. Noch was bisschen vorbereiten? Ja, das gibt's auf der Stange. Oh yeah. Hört's auf euch zu schlagen. Ich will in die Zeit nicht vergessen. Juhu! Hab ich hier getrunken? Vielleicht etwas zu weh. Oh mein Gott. Von dem Ding bin ich eingepennt. Oh mein Gott, ich brauche ein Ding. Von dem ich weiß. Am nächsten Tag schaue ich in den Spiegel. Die Schweine hat mich angemacht. Ihr hattet mir ein Pilz auf die Backe mit Edding. Und ich hab wirklich nichts geschalt. Ich erinnere, dass das Cafier ist kalt. Was habt ihr mit mir gemacht? Ich seh' aus wie ein Kostet von Picasso auf Trugge. Ich hab mich aufgewacht. Hoffentlich sind diese Farben abwaschbar. Ohhhh. Team 1. Dankeschön 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 Team 1. Ihr rockt. Oh 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 oh. Und ich bin gespannt was unser zweites Team zu bieten hat. Natürlich sollte sich das zweite Team aufstellen. Und schon beginnen. Was? Auf jeden Fall bitte jetzt Lil Bro und Makush auf stumm schalten. Denn jetzt kommt das Team 2. Schick ein Lied. Nämlich Herr von Teufel. Schick ein Lied man. Schick ein Lied man. Also sie müsste sich noch abspielen. Das ignorieren wir jetzt aber gleich. Schick das Lied. Schick das Lied. Schick das Lied. Markus das gleiche Bewerbungslied wieder. Herr Weg ist. Das wird der Kütze Stimme. Eno. Nein. Nicht das. Das wird umgespielt. Das wird umgespielt. Das wird umgespielt. Oh ja ja okay. Warte. Okay also. Das Team wird uns Bescheid sagen wann es geht. Und dann lasse ich sie erst herein holen. Ja oder. Oder sie schreiben wir ins Gap. Oder wie auch immer. Okay auf null. Ja. Zwei. Drei. Warte 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 warte. Mark. Ja. Team 2 bitte herein. Okay. Eins. Zwei. Zwei. Applaus bitte. Es ist willkommen Team 2. Let's do it. Für. Und. Schick das Lied. Es sag uns. Wir waren alles. Gespielt. Unsere Werte. Und. Unsere Werte. Wir halten es nicht hier. Wir halten es nicht hier. Wir halten es nicht. Es sind ganz klar. Hallo, gut gespielt! Ja! 2013! Willkommen auf deiner Zerber! Hallo, ich bin Dich von meiner Achtung. Könnt ihr bitte eine neue Antwort haben? Ich würde viel spielen, ich würde viel Spaß machen. Ich würde viel Spaß machen. Ich bin der Typ mit einer Jubiläum. Ich bin der Typ mit einer Jubiläum. 2000 Mal, die wurde eine gute Stadt. Ich kann auch und immer kann jubeln. Komm mit mir selber rein. Oh, ich bin die Wilde. Nein, weil du der Bravo bist. Alles was ich tun habe. Was? Ich habe es verpasst. Wie geht es? Er ist die Idee. Alter, leider auch den Gänzen. Danke schön, Team 2. Danke schön für diese freunde Single. Und jetzt bitte alle auf Stumm schalten. Ich kann auch um mich bedanke mich auf jeden Fall für diesen Song. Ich kann auch um mich bedanke mich auf jeden Fall für diesen Song, besser gemacht hat und gewinnt das müsst ihr entscheiden schreibt es in die kommentare bitte wird uns sehr hilfreich sein und das war es mal wieder mit smite play singen auuuu sau jicke bauauau und natürlich werden wir ein paar zwei mit den sing-wettbewerb machen jaa oh nie ja